Zum vierten Mal seit 2002 ist das historische Archiv der Stadt Felsberg umgezogen. Im Haus Poststraße 6 in Gensungen steht mit 300 Quadratmetern fast viermal so viel Fläche zur Verfügung wie seinerzeit an der Karteuser Straße. Aufbewahrt werden Dokumente von Haus- und Grundstückskäufen, Zeugnisse, Urkunden, Pläne, aber auch Fotos. Vieles stammt aus Nachlässen, weil die Erben meinen, dass die Schriftstücke dort am besten aufgehoben sind und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Besonders stolz sind die 17 ehrenamtlichen Mitarbeiter über ein jüdisches Kataster. Nicht selten wollen Nachfahren einziger jüdischer Mitbürger etwas über ihre Familie erfahren. Gäste kommen sogar aus Israel. Inzwischen beherbergt das Felsberger Archiv auch Dokumente aus dem Staatsarchiv Marburg. Mehrere Arbeitsplätze mit Computern stehen nun zur Verfügung. Alle Daten werden sowohl in Papierform archiviert, als auch mit einem speziellen Archivprogramm auf Rechnern. Ein Lesesaal bietet reichlich Platz zum Arbeiten und für Veranstaltungen. Wir sehen uns in der Zeitung, an der Niedszent greonf�� Standbegleinungen zur Verfügung Verizon und für Veranstaltungen.